Servus. So, ich habe mir jetzt mal aufgehört mit den Bodengruppen. Werden wir jetzt hier gleich mal weiter machen. Und mein Helfer fährt auch schneller fleißig, hoffe ich. Ja, macht er. Werden wir erst mal jetzt hier noch die Bodengruppen. Ja, erst mal weiter machen. ätig sind sie hierher und glory. So, werdet ihr, der Regen, bis heute nächsten Mal. klein. Jetzt sind wir heute schon malen Musikpferl, bis heute Nacht und bald hierher. Oh ne? Oh ne, oh ne. Oh ne, oh ne, oh ne, oh ne, oh ne, oh, ne. Das machen wir auf allen unserer Heldungen, wissen was hier los ist. Das machen wir auf jeden Fall. Wir sind hier mit dem Baum, wir kommen zu den normalen Boden. Es geht nicht weg. Ich weiß es jetzt gar nicht mehr. So. Gut, das Weltklammung noch. So, die zwei haben wir zusammengelegt. Die sieben können wir noch machen. Ich wollte noch irgendwelche Felder auf das hier alles zusammenlegen. Da habe ich das jetzt nicht. Nein, die müssen noch zusammengelegt werden. So. So. Genau, die will ich noch zusammenlegen. So. 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 Hier haben wir nämlich schon keine. Die zwei Felder noch. Genau. So. 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 Ich muss glaube ich vorher gepflückt haben, damit man die Steine sammeln kann. Dann werden wir noch mal gucken. Wir machen erstmal noch von der 7 die beiden Brücken. 7 und 6 noch beiden Brücken. Oh, der ist schon wieder fertig. So, jetzt geht es weiter. Bin ich denn jetzt? Ich bin jetzt auf Fels 33. Wo ist das? Bin ich denn? Hier. 47 ist die alte Ding? 47 und 48? Ich guck mal lieber noch. Wir gucken mal lieber noch. 47 und 48. Ach, das ist alles Ding. Sehe ich Kräuter. Oh, das ist alles Ding. Das ist alles Ding. Okay, brauchen wir nicht. Ich guck mal, das ist alles das Ding. Gut, dann machen wir jetzt auf 47 weiter. Und dann die 48. Dann finn wir doch einfach mal die 46. Ja, die 46 aber noch. Ah, die 46 dann leider. Nun, dann mal die 47 und 48 auch noch. Na gut. haben wir bestimmt noch nicht 45 45 ich habe noch keinen AD-Punkt kann er sein 7 7 47 48 48 48 48 48 48 48 48 49 49 ist das nicht? Ja. Ich würde eigentlich sagen, ja. Schluss sagen sie. Ein AD Punkt für das Feld setzen. Ja. Möge ja werden, ja. Ja. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. So. 47. Gut. Dann. So. 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 Wie ist das so sehen nun? Ups Es zeigt sich hier vorne. So. Na. Das ist gut. Heute fällt 46 Oh, das könnte auch ein ordentlicher Bruch sein. Ich habe keine Angst, denn wenn er jetzt nicht mehr ist, dann er wird das Problem. Mensch. Der wird aber nicht probel sein. So. Feld 46. Feldposition. Noch mal dort. F. Kannst doch nicht alles so wissen, oder? Ja, ja. So. Das ist der Beste in das. So. Feld46. Da haben wir auch noch. 46. Na, kommen wir gleich in den Druck, sehr gut. Aus speichern. Spritze. 42 Meter. Das war eigentlich keine Spritze, aber ja, okay. Fällt mir kurz ein. Das ist eigentlich dumm und keine Spritze. Ah, okay. Das ist nicht so schlimm. So. Erster Wegepunkt und los geht's. So. Wo sind wir jetzt? Wir sind hier. Genau. Ach so, weil ich die 6 fliegen wollte. Genau. Die 6 fliegen. Ja. Und das Gewalt führen. Okay. Ist das Meifeld? Nö. Und dann ist das Gold. Gut. Gut. Dort ist überall Unkraut dort. Das ist mir egal. Also hier tun wir jetzt mal. Pfliegen. Ja. Steine sammeln müssen wir überall. Gut. Dann tun wir den. Den jetzt zurückstecken hier. Ist da ja eingeschaut. Auch alleine fahren können, oder? Hof. Genau. Kommt mal zum Hof. Du findest ihn jetzt hier an Isaac? Na ja. Genau. Sicherlich geht vor. Erstmal ein Klappensgerät. Jetzt rutschen wir das. Rutschenklappen. Ja. Dann rutschen wir mal. Der 6 fliegen. Das ist Feld 5. Eigentlich alles drauf gemacht. Das ist mein Feld so. Schön. Dann rutschen. Mal hier gucken. So. Kalk ist. Gedenkt ist auch. Okay. So. Mit Feld 1 wurde gemischt. Gut. Dann ist das für die Seite schadig. so. So. Nimm jetzt. Dann. Klappen wir auf das Ding. Vielen Dank. So, naja, tun wir das, fliegen und dann, ich glaube, der 6, nein, der 7, glaube ich, der 6 bin ich jetzt gerade, der 7, das war, glaube ich, abgeahndet, oder? Ich glaube, dort kann ich noch müllischen. Achso, wir müssen dort sein, ok. Diese ganzen Zeug hier. So, wir müssen hier, wir müssen hier. So. Vielen Dank. 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 Okay, dann kommt hier nur noch der achten Touch. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich müsste es nicht. Ich möchte es nicht. Ich möchte es nicht. Ich möchte es nicht. Okay. Ich möchte es nicht. 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 Ich möchte...